Und damit gelangen wir nun zum neunten Punkt unserer Tagesordnung. Es ist ein Antrag des Justizausschusses, seinen Bericht 2343 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Wer spricht sich dafür aus? Den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist mit Mehrheit so angenommen. Und wir kommen zu den Punkten 10 bis 12 der Tagesordnung, über welche die Debatte unter einem durchgeführt wird. Es sind dies, der Bericht des Justizausschusses über den Antrag 3754 AE, der Abgeordneten Michaela Steinacker, der Abgeordneten Agnes Sirka Brammer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Abstammungsrecht Anpassungsgesetz 2023, 2345 der Beilagen. Der Bericht und Antrag des Justizausschusses über den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Personenstandsgesetz geändert wird, 2354 der Beilagen. Sowie der Bericht des Justizausschusses über den Antrag 3755 AE, der Abgeordneten Michaela Steinacker, Agnes Sirka Brammer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Einrichtung eines zentralen Registers über Samen- und Eizellen. Spenden 2346 der Beilagen. Auf die mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.